ok leute es geht weiter und wir sind meine uhrboot meine ich wollte sagen und kuppa verpiss dich verpiss dich komm nicht zu mir okay guter junge ganz guter junge er ist guter junge bushido fisch toter fisch denkt zu viel und hei 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 denkt zu viel toter fisch toter fisch du bist tot also stirbt aber eigentlich müsste schon tot ich weiß ich weiß ich rede nur scheiße in diesem let's play aber trotzdem was okay ich dachte die fliegen jetzt runter wie diese steine aber eine kanone du fick dich mit den kanon das war knapp das jetzt muss ich den umweg machen schwimmen nicht ich hasse solche parts mit schwimmen aber ich will mir jetzt diese scheiß ach ich dachte schon tot ich dachte ich bin schon tot und und ist diese blume hier ist diese blume hier nein ist sie bestimmt nicht wie ich es geahnt habe okay die trifft mich sowieso nicht aber egal schwimmen mario okay irgendwie kommt das mir ein bisschen zeitlupe vor er hat mich doch mit seinem arsch er hat mich mit seinem arsch getötet was los ist hat er so einen großen arsch geweiht oder was fickt euch hier leute fickt toter fisch bleibt tot tote fische bleiben immer tot und hei 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 da war warte was war denn da was war denn das schönes ach so bin ich jetzt nur wegen das hierher gekommen nein das war was gutes das war war eigentlich sollte mich treffen und diese kanone diese bild in einen bullet beans wie die heißen glaube ich hat mich angegrinst ich gehe einfach zeitlupe weiter ich fliege ich fliege im wasser das ist so unlogisch ich dachte schon kann ich rüber gehen rüber schwimmen ach egal in diesem spiel ist alles unlogisch schwimmen oder fliegen mario entscheide ich meine schwimmen willst diese rambo messer wollen sie ganze töten spring doch hier du unfähiger bastard jetzt kommt meine rache dass du mich mit deinem arsch getötet hast ein leben dazu super eine glocke eine glocke eine glocke eine muke glocke und das wäre ich das nicht geahnt hätte wenn ich das nicht geahnt hätte dass so eine scheiße kommt also es gibt zwei wege wie es scheint und wir nehmen mal den rechten ich bin ja nicht ich bin ja nicht links radikal hier und was ist das denn habe ich jetzt geld gewonnen oder was kommt das jetzt von meiner bank okay mario hat eine bank wusste ich nicht aber egal ach du scheiße gibt es hier mehrere wege oder was okay ich glaube ich bin den richtigen weg gegangen glaube ich jetzt mal hoffe ich jetzt mal sonst habe ich wie ich kann wieder in zeit vorbeigehen du kriegst mich sowieso nicht wenn es so wenn du so dumm darum fliegt messer 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 du fick dich du spaß ach so scheiße ich habe mich fast getötet hier ach fick dich geschafft geschafft man geschafft und bitte irgendwas schönes okay drei leben gehen aber eigentlich hätte ich auf eine möhre gewartet oder eine blume aber egal leben sind auch wichtig diesen beiden boss wenn ich das nicht geahnt hätte und das sind irgendwelche stachelteile aber warte okay wir haben noch fünf minuten aber wartet okay ich musste kurz was machen und es geht weiter ich glaube das sind zäpfchen da oben und das ist bestimmt alles kann die teile kenne ich noch von wie heißt das spiel was ich let's play ich wieder hochkommen ah ja mario louis super satsaga vergessen ich glaube ich habe ich glaube da haben sie ihre monster geholt von diesem spiel und tot eigentlich müssten sie stärker sein weil helm haben aber egal ich habe das spiel nicht gemacht oma kommt da wirklich raum okay zäpfchen 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 und rambo messer rambo 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 ok komm her komm her top ist tot du bist tot und ich fliege weiter und gumbo der fliegen kann und ich bin gleich beim boss habe so ein gefühl und ein toter fisch ich bin einfach gut einfach männer gut männer 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 gut tot tot ich hasse euch teile ich hasse euch teile ich hasse euch euch ihr ich dachte schon dass es jetzt wieder weg was mein boss war hier denn wieder was für ein boss war denn hier in diesem level oh ein oktopussy ja dann nur eine augenbraue ich habe ihn schon besiegt das war jetzt ein witz das war ein witz von ein gegner ich habe gehört dass das spiel soll schwer sein und man baut mehrere parts aber hey ich habe in vier parts und drei wetten was so ist das größte beschiss egal ich mache es einfach ok die welt haben ja auch noch geschafft wartet ok die welt sieht interessant aus die machen als nächstes die mario zone die musik kenne ich von irgendwo her und wo kann ich die das ja mario lied aber von welchen spiel wenn er das weiß bitte zu den kommentaren schreiben und macht die übertreib mir voll mit den ketten singen ja wir sind die wahrscheinlich zum massaker hier was da hätte es mir einer sagen können man fickt euch leute ach man 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 die musik ist geil die 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 ich kann singen Und komm her Shainsaw Massacre Teil da Und du hierher Und du Koper geh weg Bam Ah Ich kann mich bisher an diesen Level wieder erinnern Ich hab's auch gespielt, aber nicht so Nicht so viel Nur von einem Freund ausgeliehen Oh, da ist eine Kettensäge Ach Fickt euch Leute Mann Oh Das war echt knapp Äh, okay, drin Äh, okay, das wird sie jetzt leicht Ey, entscheide dich mal, dass du runter gehst Okay, geschafft Wartet Okay, nach 45 Sekunden Dann muss die Aufnahme beenden Aber ich glaube, es kommen mehrere Parts Weil ich diesen Trick jetzt ausprobiere Und so lange aufnehme, bis das ausgeht Oder gar nicht ausgeht Dann freue ich mich richtig Dann krieg ich ein Keks D-d-d-d-d-d Ah, da ist schon der Ziel, okay Äh Warum ist ein Zeitlupe Wart Okay, Leute Ich hab nur 15 Sekunden Also Wenn jetzt dieser Trick Äh, dieser Trick funktioniert Mache ich jetzt Über 20 30 Parts Lade ich dann hoch Und Ja Das ist alles Und Das wäre es jetzt glaube ich Aber war Ja, das war's Und tschüss Das war's Das war's Und Ich hab's Vielen Dank.